Deutschland ist Niedriglohnland Nummer 1 in Westeuropa. Über 7 Millionen Menschen arbeiten bei uns zu Hungerlöhnen von 4, 5, 6 Euro. Mit dieser Entwicklung muss endlich Schluss sein. Deshalb fordert die Linke einen gesetzlichen Mindestlohn von 10 Euro. Den wollen, den werden wir, den müssen wir in den nächsten vier Jahren schrittweise durchsetzen. Wir würden dann endlich auch wieder in Europa ankommen, auch bei den Niedriglöhnen. Wir würden beispielsweise mit Frankreich, das derzeit einen Mindestlohn von 8,81 Euro hat, wieder auf gleichem Niveau auch in Europa arbeiten und leben können. Deshalb fordert die Linke einen gesetzlichen Mindestlohn als Haltelinie nach unten. Das ist viel besser als all das, was in den letzten Wochen und Monaten von der Großen Koalition erfolglos versucht wurde, mit Branchenmindestlöhnen zu regeln. Branchenmindestlöhne sind Stückwerk. Wir brauchen eine gesetzliche Haltelinie für alle. 10 Euro sind unsere Forderungen und deshalb brauchen wir eine starke Linke, um einen gesetzlichen Mindestlohn auch in Deutschland durchzusetzen.